Frankreich ist der wichtigste Handelspartner für Deutschland. Nicht nur für Handel, sondern auch für Investitionen. Seit langem investieren französische Unternehmen in Deutschland. Deutschland ist auch für diese Unternehmen ein Springbrett, eine Exportplattform für Märkte, die von der französischen Industrie nicht so gut bedient werden. Und daher ist Deutschland sehr interessant für diese Unternehmen, wenn nicht lebenswichtig. Deutschland ist auf dem Weg der Digitalisierung seiner Industrie. Man spricht von Industrie 4.0. Es ist ein Bereich, der viele neue Produkte verlangen wird. Man kann von Services sprechen, man kann von IKT sprechen. Es sind gerade die Produkte, wo Frankreich unter anderem sehr stark ist. Das würde bedeuten, dass es noch eine größere Attraktivität des Standards Deutschlands für französische Unternehmen geben wird. Wir schätzen ein, dass sich nicht nur Frankreich mehr für Deutschland interessieren wird, sondern dass Frankreich ein guter Kooperationspartner ist, eine gute Ergänzung zu dem, was bereits in Deutschland geleistet wird. Unsere Aufgabe als Guitary in Paris ist die Investition aus Frankreich auf die anderen Opportunitäten, die sich in neuen Bundesländern oder im Norden des Landes anbieten, aufmerksam zu machen. Neue Technologien, neue Märkte entwickeln sich in Deutschland. Die Kinder zu erwähnen, die Kinder zu besuchen, dass wir mehr weil sie die Kinder mit einer Magistagsgabe anbaut haben, wie Gkeit und die Kinder zu wissen. Wenn wir die Kinder zu sparen, haben wir das Parkgebäude gewonnen,